jo leute peace ich bin es moris heute gibt es mal einen vlog von einer velotour und zwar fahre ich jetzt mit dem fahrrad eine stunde und 23 minuten nach sandgallen und nehme euch mit das sind etwa 22,4 kilometer mit dem fahrrad und ja ich werde euch mitnehmen bis später so leute ich habe mich ein bisschen von meinem zuhause weggetrieben also bin weggefahren ihr solltet nicht wissen wo ich wohne ich würde sagen wir sehen uns immer ein bisschen wir sehen uns auf dem weg nach sandgallen so auf dem berg mal gehalten kurz jetzt sind es noch 17 kilometer bis nach sandgallen ich melde mich wenn was passiert bis nachher so leute für eine 16 kilometer lange fahrt braucht man natürlich auch etwas zu essen und nebenbei hole ich mir auch zu trinken sehr wichtig wenn man so eine lange fahrt vor sich hat so yo leute peace ich bin es wieder moris also jetzt habe ich mir was gegönnt hier am bahnhof und jetzt fahre ich weiter mit guter laune und viel kraft so leute ich bin jetzt hier bin ich zu schnell gefahren ja auf dem boden war so viel kum ist und er war flüssig komme so fahre über den kum ist und dann hat mir alles auf die hände ärmel gespritzt zum glück hat es wenig später einen brunnen mit frischem wasser hier habe ich mich gewaschen ich bin hier gerade kurz vor gozo auf jeden fall melde ich mich wenn ich wieder mal was spannendes oder was nicht so fröhliches entdeckt habe oder erlebt habe lässt euch überraschen bis gleich ich stehe hier jetzt vor dem sense park jetzt dann gehe ich wieder nach hause es war eine tolle fahrt hierhin von der nach sandgallen wir sehen uns so wie morris in der vergangenheit gesagt hat wir sehen uns aber wieder in meinem zimmer weil dieses video habe ich schon eine woche zuvor gemacht deswegen ich produziere wieder mal vor wir sehen uns bei einem nächsten verproduzierten video von mir bis dann ciao peace out ich war es mal auszuschauen